Niemand darf wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden. Warum können diese wenigen klaren Worte nicht endlich im Grundgesetz verankert werden? Ob lesbisch, schwul oder hetero, das dürfte im 21. Jahrhundert doch wirklich keine Rolle mehr spielen. Die Realität sieht leider anders aus. Ob bei Eheschließung oder Adoption, Lesben und Schwulen werden noch immer die vollen Rechte verwehrt. Diskriminierung im Beruf oder im Alltag sind an der Tagesordnung. Damit muss endlich Schluss sein. Deshalb finden auch in diesem Jahr in vielen Städten der Christopher Street Day statt. Auch die Linke ist mit dabei. Wir streiten für die Gleichstellung aller Lebensweisen und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und in Berlin hat die Linke mit dem Aktionsplan zur Anerkennung sexueller Vielfalt bundesweit eine Vorreiterrolle eingenommen. Seien auch Sie mit dabei beim CSD und beim Wagen der Linken. Und in Berlin hat die Linke mit dem Aktionsplan zur Anerkennung.